So, hallo und herzlich willkommen und bin ein bisschen verrückt, wir sind hier auf einer ganz komischen Welt und, äh, wen müssen wir, na toll, ich komm in ein neues Spiel rein und zuerst, was wir gleich sehen, sind zum nächsten Mal, aber kurz, dann kamen wir den guten Rick da. Hi Rick, du stehst schon irgendwie in Flammen, aber bitte hier. Ja, jetzt nicht mehr, hat sich wieder gelöscht, hat sich wieder gelöscht. Okay, bin ich froh, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play hier Minecraft, wir probieren es einmal, ähm, ich dachte eigentlich, Zombies können nicht hier an der freien Natur überleben, aber wieso ist der... Ja, der brennt ja erst noch, hier, Sonne, die brauchen wir erst noch einen Moment. Na toll, du, du, einmal mit Profis arbeiten, ich dachte, du... Der grüne Kumpel kommt schon. Ja, ich probiere ihn gerade in... Okay, explodiert? Nee, nee. Ja, da. Ja, okay. Erde für alle. Na, und schon haben wir schon mal gleich eine erste... Da unten ist auch gleich eine Höhle. Äh, ja. Und Kohle. Kohlerie, Kohlerar. Ja, toll, ich hab noch nicht mal irgendeine Waffe oder so. Die Höhle geht sogar raus, komm in hinten mit. Höhle geht raus. Na, ich nehm gleich hier ein bisschen, ich probiere. Das bringt dir nichts, brauchst du den Spitzhack, sonst kommt da nichts raus. Ah, okay. Also, ich... War jedenfalls früher so, ich weiß nicht mehr, aber... Ja, es kommt ja immer drauf an, wie du es eingestellt hast. Aber da hinten geht's raus, genau. Genau. Also, wir sind hier auf einer ganz neuen Welt hier in Minecraft, ihr seht's schon. Und wir möchten uns hier unseren Traumlebensabend hier, äh, ja, inselwindiger Geschäftsmann irgendwie drauf reinfallen. Und jetzt müssen wir hier irgendwie da damit leben. Aber Gott sei Dank hab ich den guten Rick mit dabei. Der ist Gott sei Dank der Fläßige von uns beiden. Ich geb immer nur die guten Anweisungen hier. So, komm ich an den Stein, an das Holz da oben ran. So, bisschen Holz schon mal. Also, ich bin dafür, wir machen hier dann auf irgendwo, auf einer Insel machen wir uns hier. Ja, wir können ja zum Beispiel da hinten, entweder wir gehen auf die Insel. Ganz schön da hinten, hinter dem Berg ist so eine kleine Insel. Ich fall natürlich gleich hier mal wieder in die nächste Höhle rein. Wir könnten auch in der Höhle wohnen, das ist eigentlich auch eine ganz lustige Idee. So Caveman und so. Ja, das müssen wir wahrscheinlich eh dann in der ersten Nacht machen. Also, bei mir war's immer so, bis zur ersten Nacht konnte ich nie schnell genug... Oh, 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 ein grüner Kumpel ist hier. Da unten? Ja, ja, aber ich war vor meiner Nase gerade. Ja, man geht auch nicht einfach in irgendwelche fremden Höhlen rein. Das kriegt... Oh, die fahrt schon wieder rein. Ne, ne, ich hab ja so ne Theorie, die mögen einen und die wollen dann immer Hallo sagen, aber ein bisschen impulsiv. Die wollen kuscheln? Ja, ich glaub schon, es ist immer so ein bisschen... Okay, ich hol mir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz, damit ich jetzt zumindest mal mir ne Holzaxt und ne Holz... Sag mal, wo machen wir jetzt eigentlich hier die erste Base? Einmal so für ein Crafting-Table und so weiter, damit man so ein bisschen mal einen Überblick hat. Gute Frage, ich würde sagen, wir haben ja hier mehrere Teile, also ich fand da drüben eigentlich diese kleine Insel fand ich eigentlich ganz nett. Welche von den 10.000 meinst du denn? Hat sich auch reingekaut in dieses blöde Teil. Ja, natürlich ist es doch. Warte, ich nehme den Baum hier auch gleich mit. Ja, können wir direkt rein anpassen. Welche meinst du von der Insel? Und zwar hier oben sieht man es ja eigentlich recht schön, das heißt entweder, ich würde sagen, wir nehmen einfach hier die Lagune, wo wir hier haben... Und da wo dieses Schäfin hier hinten ist, da können wir doch perfekt hier hinten dann so unser kleines Heim reinmachen. Mussten wir gucken... Wir müssen halt eben hier komplett irgendwie den halben Berg hier abtragen. Ja, aber hier können wir nicht, sonst kommt die WMF wegen hier Lebensraum von Schafen und so. Gucken. Ach, du meinst hier Peter? Ja, natürlich hier. Wenn wir rausziehen, dann habe ich kein Problem hier, also wir sind schon lieber nackt als Schafe, äh, nackt als Pilze oder wie heißt das? Ja, genau. So ungefähr. Also einfach mal hier hin, oder? Da oben? Ja, da oben auf die Insel, da sehen wir sie kommen. Ich dachte halt eben, das ist hier schön, aber ich würde diesen halben Berg hier abtragen wahrscheinlich, damit wir da unten halt eben so einen schönen Strand... Oder wie sieht es da hinten aus? Das ist, das ist immer ganz schön und nicht mal ganz angekommen und schon wieder die Mega-Projekte voll irgendwie. Ja, klar, klar. Hier, wir machen einen hier auf Stuttgart 21 oder Berliner Großflughafen. Klappt zwar gar nichts, aber... Da hinten ist ganz gut, da hinten ist... Da, ja genau, siehst du diesen Steinbruch da? Ja, eben hier ist so ein gerades Ding. Oh, da geht's. Oh oh, Endermans, zwei Endermans. Zwei Endermans und drei Creeper. Ich würde hier nicht hergehen. Okay. Da geht so ganz gerade in die Höhle rein. Erstmal hier die Endermans-Kolonie. Okay, dann laufen wir hier noch ein bisschen hinterher an dem Strand. Vielleicht sieht's da hinten. Ansonsten müssen wir halt hier ein bisschen aufschütten. Ja, so ein bisschen halt. Ja, hier ist nur Sand irgendwie. Aber guck mal, hier sind schöne Schafe. Guck mal. Ne, da hinten geht die Bü... Doch, guck mal, hier! Guck mal. Ja, jetzt haben wir uns entschlossen, auch Survival zu spielen. Jetzt müssen wir was essen irgendwann. Also... Ich will jetzt ja nicht hetzen, aber... Ja, jetzt... Nur keine Partei. So dezent ungünstig. Hier vorne oder hinten, wo da einer einzelne Baum steht? Ähm... Ich... Ja gut, wenn wir's da unten abtragen... Wir machen da oben jetzt erstmal hier, ne? Also ich würde sagen, wir machen hier oben jetzt erstmal so ein ganz kleines Haus. Ja? Ja, warte hier, ich hab hier was für dich. So, jetzt können wir erstmal was bauen. Ah, perfekt. Okay. Ähm, ich brauch als erstes... Na... Ich kümmere mich sonst mal eben hier um die... Geräte. Wenn du willst. Ich hab schon so lange nicht mehr gespielt. Ich geb's zu. Ja, du, warte mal. Hier. Kriegst jetzt erstmal hier eine Spitzhacke. Geb ich dir gleich eine. Ach, jetzt hab ich... Jetzt hab ich einen richtigen... Hier, Crafting. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was brauchst du dann? Äh, ich dachte so... Ach, ich muss das ja erstmal umwandeln in ein anderes Holz. Ja, du, warte mal, warte mal. Hier für dich. Einmal für... So, danke. Ja, ich möchte mir hier nicht gleich im... Da können wir dann erstmal die besseren Sachen draus machen. Ach, unten muss ich ja... Ähm... Hier die Sticks noch reinmachen. Moment, ich muss das jetzt erstmal... Ach, du hast mir schon ne Axt gegeben. Vielen Dank. Ne Axt hab ich dir schon gegeben. Äh, ja, ich... Ich bastel mir grad noch ein paar... Normale... Stücke. Ich würd aber sagen, wir holen das dann gleich erstmal in den Stein, damit wir die, äh, ganzen... Werkzeuge ein bisschen stabiler hinkriegen. Ja. Aber guck mal, was ich dir direkt hier mitgebracht habe. Hab ich grad gefunden... Ein Schaf. Ne. Äh... Stimmt. Das hab ich dir auch mitgebracht, aber das hier eigentlich. So, ja, ich hab mir hier grad noch ne, ne, äh, zum Bäume fällen. Oh, wir müssen, wir müssen schnell irgendwie ne kleine... Ich hab keine Axt. Äh, ich hol mal eben Stein von den Endermans. Ja, ja, ne, ich baue uns hier erstmal ne ganz kleine Höhle. Aus Erde, oder wie machst du das? Ja, aus Höhle, dass wir... Aus Höhle, genau. Dass wir mal die Nacht irgendwo verstecken können. Aus Höhle, genau. Wir brauchen mal eben hier ne Höhle aus Höhle, genau. Ja. Obwohl ich ehrlich gesagt gar keine Lust hab, mich mit dir hier irgendwie in so nem Erdloch hier einen auf Sadam Husingen zu machen. Äh, ich hab dir sogar ne Blume mitgebracht. Hier. Das Grüßchen kriegst du. Denk nicht mal dran, hier einen auf Romantik zu machen. Du hast dir grad reingebracht. Ja, ich seh's. Ich seh's. Äh... Also... Also... Ein paar Schafen hier im Hintern zu. Eine Wolle haben wir schon. Gleich haben wir... Oh, oh, Hexe, Hexe, Hexe. Ja, dann komm rein. Ja, ich bin da grad auf dem Weg. So. So, ich mach hier zu. Äh, das Blöde ist natürlich, jetzt sehen wir hier... Na toll. Du, du auf der anderen Seite. Okay, alle Hände bleiben überm Äquator. Ich sag's dir. Hast du wenigstens irgendwie Kohle noch mit dabei, dass wir hier wenigstens ein bisschen Feuer machen können? Nee, nee. Wir können uns hier so ein bisschen gegenseitig wärmen. Hier siehst du das. Ach, danke. Uuuuuh. So ungefähr. Ich wusste es. Ich wusste es. Es ist dunkel hier. Ich seh dich ganz le... So. Wenn du auch noch... Jetzt fängt der hier an zum Graben. Ja, natürlich. Nichts zu tun, dann erstmal Graben graben. Ja. Aber... Ja. Also nicht, dass mir hier jetzt dann direkt vor der Nase hier irgendwie ein paar Zombies spawnen. Doch, doch. Da vorne müsste irgendwo hier die Enderman-Kolonie gewesen sein. Pfff. Ich hab das schon... Naja, Finger im Kopf. Ich hab ja hier schon ein Holzschwert. Ja. Total gut gerüstet. Du nicht? Äh, nee. Aber ich bastel uns hier erstmal ganz kurz eine Werkbank. Die haben da oben eine. Ja, aber dass wir hier unten auch eine haben. So. Tails hat den Erfolg fortgeschrittenes Handwerk erzielt. Ja. Ja, ich bin halt hier sehr... Sehr fortschrittlich. Ich hör schon irgendwas. Hörst du's? Dezent. Ich hab auch meine... Ich hör ne Spinne. Ich hab meine Sounddinger nahezu ganz runter gedreht. Ich mach mal ein bisschen... Lass... Okay. Die kann nach oben sein. Ja, klar. Fifty-fifty Chance. Ha? Ha? Ja. Wir bräuchten aber trotzdem... Kohle wär ein bisschen. Also ein ganz kleines bisschen geh ich nach unten noch. Da hinten war doch welche. Wir können nach... Wo? Der war da vorne, wo wir vorher gespro... Äh... In der Höhle hier drin, oder was? Nee, nee, nee. Wo wir angefangen haben. Da war doch direkt. Okay. Nicht hier. Hier weiß ich nicht. Hier müssen wir suchen. Ja, aber nicht zu weit runter. Also wenn wir hier irgendwelche Ecken drin haben, dann spawnen. Dann fangen sie an zum spawnen. Dann hauen wir die Ecken raus. Aua! Du haust mich. Oh. Ich würd jetzt ja sagen, du magst es doch, aber... Ja, aber... Als Professioneller... Frag mich erstmal zumindest mal nach nem Stoppwort hier, also. Ach so, hier. Stoppwort Spille. So, mal gucken. Ich baue sonst... Ich seh's schon. Die ersten 10 Minuten und wir werden gleich schon sterben. Ich mach mir ja auch mal ne Spitzhacke mit... Ich bring dir mal eben... Ich hab dir grad mal eben hier was gemacht. Moment. Ja, ich hab meine Spitzhacke hier auch mal grad grad ein bisschen upgraded. Ich hab dir grad... Äh, liegt hinter dir. Geh mal ein Stückchen gleich runter. So, erstmal ein Steinschwert für dich. Ach, danke. Das ist nett von dir. Dann überleben wir erstmal hier gegen die Spinne. Jetzt hab ich allerdings keine Hölzer mehr und kann mir selber nix mehr machen. Äh, ich hab noch was. Sag mir einfach was du brauchst, dann... Ne, ich bin grad noch ein bisschen... Ne, der noch reicht hier. Die ganze Spitzhacken kann. Echt, ich würd halt irgendwas sehen, weil... Also, auf dem Stream sieht man hier grad auch nur schwarz. Nur schwarz. Das ist immer das schönste. Ja, draußen ist auch schwarz. Für noch Sternenhimmel. Ah, okay. Richtig schön. Komm mal her, Sternen... Oh, Spille! Jetzt sitzt du schonmal wo die Spille ist. Jetzt sitzt du schonmal wo die Spille ist. Dann sitzt du nämlich hier über mir. Wie ist es, dass das Ding zwei Block breit ist und nicht nur eine? Ja. Jetzt kann ich mich von hier unten daraus ärgern. Lach drauf. Ich lach drauf. Oh, da ist sie. Bin er? Na ja, ich fang hier noch weiter an und suche nochmal ein bisschen nach Kohle, damit wir unsere Zivilisation hier mal ein bisschen auf Neandertal-Niveau bringen können. Zivilisation. Du trommst vielleicht weit. Ich sag gern, du sammeln. Ja, ja. Ja, aber... Wahrscheinlich hab ich genau wieder die Höhle da gesammelt. Also, ich glaub, das wird die langweiligste Let's Play Folge. Zum Beginn. Ich kann mir schon gut die Kommentare vorstellen. Hey, euer Video ist komplett schwarz hier. Man sieht gar nichts. Ja, ja. So ist die ja immer. Ey, ihr Noobs. Kohle ist wichtig. Ja. So ist die ja immer. Ja. Also, da wird so viele Daumen nach unten geben, das... Ja. Ja. Ich... So lange wir Spaß dran haben, hier erstmal... Mal gucken, ob's... Nacht dauert 10 Minuten, oder? Oh! Die XP-Küppelchen kommen. Aber wir sind schon über die Hälfte. Der Mond steht schon über der Hälfte. Ja. Okay, gut... Gut, dass ich dich mit dabei hab. Grim, da kannst du gleich noch mehr verlieren. Ja, ich glaub, wenn ich nicht an Monstern stopp, dann sicherlich an dir, also... Dass du mir die ganze Zeit nicht Spitzsacke läufst, oder dass ich dich damit absichtlich haue. Das kannst du jetzt aussuchen. So, immer noch keine Kohle da, oder? Nee, nee. Wahrscheinlich wir treffen jetzt gleich... Bei unserem Glück hier, wir treffen auf Diamanten und... Äh... Die sind ja erst noch um einiges tief, aber... Ja, meine Spitzsacke ist Kaffee. Ah, ich hab noch. Hast du mal einen Stecken? Einen Stecken für mich? Äh, ja hab ich dir. Ich werfe dir einen hin. Nein? Dein Stecken und Stab tröstet mich, genau. Aaaaaaah... Danke. Wir haben einen 12. Da bist du sogar schon 13. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, ich seh... Brauchst du auch gleich einer? Äh, nee, meine ist eigentlich noch recht gut hier. Ich überleg mir grad echt, wie ich das nachher machen soll. Soll ich einfach dann so einen Nachtobserver-Modus einschalten, dann... Bei der Nachbearbeitung, oder... Ja, das wär ganz cool, so ein Nachtsichtgerät. Ja, nein, dass ich einfach das Video nachher aufhelle. Achso, ja, das musst du sowieso machen. Ja, denk ich auch. Das ist das Schlimmste, was man haben kann, ein schwarzes Minecraft-Video. Ja. Hier unten fängst... Hier unten fängst du mit eher... Ich finde eigentlich so schon echt witzig, Alter. Du löscht mir hier in meine Arbeit rein. So. Es wird wieder heller, es wird wieder heller. Wurzel? Ja, ich... Oh, dann lass mich schnell aus dieser scheiß Höhle hier raus. Du, es ist ein Unterschied zwischen, es wird heller und es ist hell. Es ist immer noch... Thumping is fremd. Mach nicht so viele Winkel, weil da spawnen uns... Ne, ne, immer nur so einer Höhe, Script-Mining. Da kannst du mal gucken, ob... Aber hier kommt wieder braun, siehst du es? Ja, natürlich, braun ist Erde. Ja, aber dann kommt keine Kohle. Ja, da wäre ich mir gar nicht mehr so sicher. Das gibt es teilweise auch. Die neuen Map-Generator sind da auch nicht mehr so wahnsinnig schlecht dran. Okay, ich baue nochmal ein bisschen Holz hier. Ich... Ich mach das jetzt einfach mal hier so Jackie Chan mäßig mit der Handkante. Nach außen. Oder ist das jetzt ne schlaue Idee oder ist das eher einer von meinen dämlicheren? Achso, wie ich dich kenn dämlich. Du willst raus mit dem Stecken? Ne, ne, also mit dem Steinschwert, aber ich baue jetzt hier erstmal ab mit dem Stecken. Und, sterben sie schon? Ich stehe einfach... No, no. Nobody there. Nobody there? Ja, dann können wir rauskommen. Nobody... Nobody there. Aber ich bin auch noch nicht oben. Ich hau dir einfach ein paar Mal auf. Oh, 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 Spinnle, Spinnle, Spinnle. Die nächste kommt gleich schon wieder von... Ey, kommen die hier rein? Okay. Natürlich, wenn wir zwei aufmachen, schon. Das ist ja immer ein Unterschied. Einen breit kommen sie nicht, zwei schon. Na, okay. Ja, das reicht ja. Aber da sitzt eine direkt hier oben drüber. Den streckt mir ja direkt ihren Hinterdrein. Na komm, dann... Oh, da war sogar. Ich hör noch ein Zombie, hör ich auch noch. Zombie? Oh, oh, Zombie ist nur einer. Den legen kann er durch. Dann bleiben wir noch. Naja. Wir werden so einen Ausguck vielleicht noch rein basteln sollen. So einen Aus... Ja, stimmt. Ja. Aber wie denn? Das wissen wir jetzt für die nächste Stunde. Ohne... Ohne Glas wird das ja nicht. Äh, ja nein, nein. Wenn man, äh, unten einen Stein, äh, lässt und dann drüber auf erster Ebene im Prinzip einen frei lässt, dann... Dann gibt's so ganz nette Typen, so weiß und klappern meistens und die haben Bogenschütze und die können verdammt gut schießen. Ja, aber dann haben wir ja noch hier eine weit genug tiefe Höhle. Ja. Ich hab übrigens nur noch eine Hähnchenkeule unten. Das ist langsam... halb verhungerig. Oh, und mir geht's eigentlich. Ja, jetzt warte halt mal. Jetzt sei ich nicht so verfressen hier. Ich hab schon drei Weizenkörner, aber... Ja, die müssten halt erst mal, äh, ja. Boxerkörner. Damit kannst du dir vielleicht ein paar Hähnchen hier anlocken, aber... Es ist hell! Es ist hell! Es ist hell! Ja, die ist gleich weg. Komm. Und die Viecher sind auf jeden Fall noch nicht tot. Dafür sind sie noch zu kurz. Ja, ich hör auf jeden Fall morgen. So. Wow, die Spinne ist aggressiv. Die ist hochaggressiv. Ja. Danke. Ja, einmal du und dann ist alles hier platt. Ja. Da vorne ist ein Skelettbogenschütze. Da vorne ist ein Kniefach. Äh, da vorne brennt auch noch irgendwas. Ja, ja, hier vorne kommt ganz schön wieder wie so ein grüner Kumpel mit offenem Bauch. Okay, ja. Der hat auch schon Hunger. Das siehst du richtig. Anloggen, wegrennen. Wegrennen! Nochmal! Wegrennen! Ja, verdammt. Nicht schnell genug gewesen. Fast. So. Ich wäre ja mal dafür, dass wir uns was zu essen besorgen, oder? Ja, da hinten. Dann mach dir ein paar Schafe. Schafe geben auch nur noch Wolle. Ach, scheiße. Okay. Aber die brauchen wir sowieso für unser Doppelbett. Ach, du bist so eklig. Das ist... Wo willst du denn sonst schlafen? Ich hab dir gesagt, wir machen kein so ein Let's Play. Das hast gar nicht gesagt. Und was machst du wieder hier? Total. Aber ich sag's dir. Die Kommentare bei dir werden willkommen hier. Ihr hier seid voll hier. Das kannst du dir schon genau absagen. Ich mach auf jeden Fall mal hier einen kleinen Zaun dann. Dass wir da hier was Schönes aufbauen können. So nach dem Motto wieder hier hier voll oben. Was haut mich denn da? Irgendwas haut mich die ganze Zeit. Ach so, der Skelettbogenschützenkumpel hier hinten. Ist der unter nem Baum, oder? Wieso? Ja, ja, ja. Der steht unter dem Baum und kostet mich hier grad mein letztes Leben, was ich gleich verloren hab. Wo ist er denn? Ich seh dich grad gar nicht. Inzwischen wieder tot. Ich hab jetzt nen Pfeil. Bist du tot, oder was? Ach so, er ist tot. Ja, ich mach uns hier hinten, mach ich uns jetzt grad mal unsere. Ist der! Ja, so ungefähr. So, mal gucken. Du solltest öfters deine Aggressionstherapien besuchen. Tu ich doch. Gerade hier. So. Mal gucken. So. Scharpe! Scharpe! Gut. Ähm. Ich hab jetzt wirklich schon vier Wolle. Es reicht für ein Bett. Ich bau mir jetzt auch mal eben eins. Ich bin da jetzt grad grad mal ganz israelistisch. Ich bau mir jetzt nen Bett. Kannst du dir auch schon anbauen? Irgendwie seh ich hier nur das Zweier-Crafting hier. Ich komm grad grad nicht auf das Dreimal-Dreh-Crafting. Kannst du dir auch anbauen? Echt doch, ist es doch. Ach, ich muss rechts drauf klicken. Okay. Ja, ich muss mein Holz hier grad noch ein bisschen umwandeln. Kannst du dir auch schon ein Bett bauen? Äh, nein, ich bin kein Schafetöter. Du brauchst nur drei tote Schafe reichen da. Ja, ich mach hier grad Stecken, damit ich einen Zaun machen kann, weil dann können wir Schafe auch züchten. Ja, da brauchen wir aber auch erstmal Weizen für. Ich hab jetzt zwar schon sechs, aber ich hab ja noch nix zum Anbauen. Ich pflanze jetzt mal eben Weizen. Ist ne gute Idee. So, ich baue hier uns gleich. Bleiben wir eigentlich weiter in der Höhle wohnen? Oder? Äh, ja, ne. Ich möchte schon ein richtiges Eigenheim hier haben. Ja, ich mein, so hier so für den Anfang oder so. Naja, für den Anfang reicht's. Also ich denke, eine Nacht würden wir schon nochmal drin verbringen müssen. Aber dieses Mal mach ich's denen ein bisschen schöner. So, ich hab hier noch Stecken. So, dann... Ah, da hätte ich mir eigentlich auch gleich ne Schafe hier machen können. So, ich hab genügend und jetzt mach ich hier uns einfach so ein Ausguck. Damit wir hier auch ein bisschen... Kapazieren, einfach mal so ein bisschen... Du hast gesagt, du hast Zaun? Ja, hab ich grad gebastelt. Dann komm mal her zu mir. Na, warte mal ganz kurz. Ich mach hier uns grad unseren Bunker. So, hier noch... Nur damit wir hier so ein bisschen... Möglichkeit haben, überhaupt mal zu überleben. Naja, wir brauchen unbedingt Kohle. Kohle ist grad wichtig. Ja, hier, ich hab jetzt hier mal ein kleines... Siehst du, wo ich bin? Auf irgendeiner Himmelsrichtung neben dir. Ja. So, ich hab unseren... Ich hab unseren Bunkel hier grad mal ein bisschen ausgearbeitet. Ja, wie gesagt, wenn du fertig bist, kommst du irgendwie hinten einmal vorbei. So, also. Okay, was hast du denn da? Ach, ein Beet. Wir müssen hier nur irgendwie umzäunen, sonst trampeln ist ja die ganzen Viecher alles kaputt. Ja, das mach ich jetzt grad. Oh, ich bin auch echt dämlich. Wir hätten die Sachen eigentlich neben das Wasser pflanzen sollen, dann geht's schneller. Ja, ich wollt grad sagen. Ja, hier, der guckt halt viel RTL2 und so. Also, da steht er halt nicht vor 12 auf. Ja, sowieso. Ähm... So, jetzt hab ich schon wieder die Nexchen vergräuelt hier auf dem Channel. Tut mir leid, liebe... RTL2-Nutzer, genau. Ich... Ich... Ich hatte jetzt grad mal eine Idee. Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Kann man eigentlich auch Holzkohle für die Fackeln nehmen? Äh... Ja, klar. Dann machen wir uns nochmal eben Holzkohle. Es geht ein bisschen schneller. Stimmt, stimmt. Äh... Dann... Stein hab ich genügend. Das heißt, ich kann einen Ofen basteln. Ich hab schon einen Ofen. Ich hab schon einen Ofen. Okay. Geht schon hier unten. Auch in unserem Bunker, oder? In der alten Höhle, genau. Ich hol jetzt nur mal eben ein bisschen Holz nach. Ja, dann mach vielleicht noch ein bisschen Licht und alles rein. Ja, dafür brauch ich erstmal Kohle. Dafür brauch ich erstmal Bäume. Also holen wir jetzt erstmal hier ein paar Bäume. So. Nieder mit den Bäumen. Äh, hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Muss man da aufpassen. Wenn du spaßt. Ja, wirklich. Ich geh voll. Ich glaub ich spiele noch. Hast du ein Problem mit Bäumen? Mhm. So. Einmal hier. Einmal hier. Und... Einmal... So, mal ganz kurz einmal gucken. Ich hab jetzt hier grad mal bisschen was reingeklatscht. Ja, ich mach hier grad noch. Ich bin tot! Ich bin in die Luft gesprengt. Aber ich seh dich, ich seh dich. So weit bist du gar nicht weg. Das ist schon mal gut. Wieso hast du dich jetzt in die Luft gesprengt? Ich mich nicht. Das war so ein Creeper in unserer Höhle im Bunker. Der hat uns grad alles durch die Luft gejagt. So, und ich denke... Ich weiß es nicht. Aber hinter mir hat's mal Knall gemacht. Und unten sagt mir der liebe Sir, dass ich vom Creeper in die Luft gesprengt worden bin. Ich mein, Nachrichten werden am Tag auch immer schneller. Ich weiß nicht schon bevor ich's weiß. Ich denk das ist der perfekte Schluss für die erste Aufnahme. Ja, also den guten Rick hat's jetzt grad eben richtig schön hier in die Luft gesprengt. Dank so nem Creeper. Ich hoffe, dass wir das Ganze jetzt dann in der nächsten Folge dann nochmal richtig schön machen können. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen bei der ersten Folge. Ja, sie waren ein bisschen dunkel jetzt hier. Aber, äh, ja. Ich hoffe, die nächste Folge wird jetzt besser und wir überleben dann hoffentlich die zweite Nacht hier. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss!